Ja, Verrat schmeckt nicht gut und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Last of Us. Ja, und warum ich das sage, ist, weil uns das letzte Mal der Mongo verraten hat. Ein Stück Scheiße. Hat der uns gesehen? Wo geht der? Heilige Scheiße! Ja. Leute, was ist mit dem da? Jawoll, Elli, hau ihn! Boah, die ihm einen gegeben, ey! Ich glaube, damit keine Muni mehr fasst, deswegen muss ich die immer aufwechseln. Am Zeigtisch. Schöne Deckung, Junge. Mit dem Kopf. Das war sehr gut. Das war sogar sehr gut. Schauen wir mal, was hier noch so schönes liegt. Ein Stein. Hat der mir wahrscheinlich hier betäuben können. Egal, so kann ich es auch schaffen. Hier liegt nichts, oder? Hat er nichts Besonderes. Okay, gut. Ah. Wollen wir da mitten nach oben, oder was? Kann ich auch mal nach oben platzieren. Äh. Wollen wir da mitten nach oben, oder was? Hä? Wollen wir da mitten nach oben? Ja, wir müssen da mitten nach oben. Die Brücke! Oh, fuck. Lauf, doch! Holy shit! Oh, er hat die Trappe. Lauf, 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 Emma. Oh, verdammt! Oh, fuck. Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich geb dir Deckung und dann rennst du. Oh, Mist. Oh, Gott. Du hältst mich oben. Halle! Keine Diskussion. Early! Abhant. John! Oh, Simon. Tötet ihn. Hau ihn auf die Fresse. BAM! Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey, hey, hey! Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdt ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären enttrunken. Es ist schon gut. Ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Ich hätte abgedrückt, um ehrlich zu sein. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Es wäre niemals so weit gekommen. Und da gibt's tolle weiße Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Es wäre niemals so weit gekommen. Niemals. Hätte er uns... Okay, da ist nichts. Ja. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Von wegen hat er uns das Leben gerettet. Es wäre niemals so weit gekommen, hätte er uns da geholfen, ne? Denn wir hätten ja auch nicht runterspringen müssen. Von der Krabbe. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ja. Schnauze. Ich dachte, die Menschen hasse, ey. Hätte er uns vorher geholfen... Äh, ja. Da wird Tektor schön gefährdet. Hättest du nicht dasselbe gemacht? Klar, hätten wir dasselbe gemacht. Wollt ihr da? Wird abgedrückt. Aber er ließ ja die Stille mit der Vernunft. Und auf sie gehört er. Okay. So rein. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Anti, Teilchen. So, ich habe einen Tipp bekommen. Und zwar kann man sich das lesen lassen. Achso, okay. So war das gemeint. Ich glaube, er liest das jetzt vor. Achso. Runter? Das war es auf jeden Fall. Ah, noch eine Firefly-Marke. Gehen wir mal lieber weiter hier. Obwohl, eigentlich könnte ich mir noch so ein Messer bauen. Ich spare immer noch für das Schwanken der Waffe. Ich glaube, wir bauen uns hier mal ein Messer. Das war es schon. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Hatten früher alle Boote? Klar, ich habe da eine große Yacht. Ehrlich? Nein. Sarkasmus. Es geht voran. Hey, Ernie! Er ist doch niemals dreißig mit der Stimme. Ja. Hilf mir mal damit. Okay. Achso. Okay, kommt, Kinder, los. Na gut. Auf geht's. Diesmal gehe ich jetzt jetzt durch. Du bist dann. Das los. Oh, da war noch ein Läscher, der, was da liegt. Nein, komm, schau, es ist auch. Oh, jetzt kommen die Zombies, oder was? Nein, Töne. Na ja, ich gehe hier lang. Mir gefällt es hier nicht wirklich. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Oh, hier habe ich das Gefühl, dass wir Zombies sind. Oh, hier ist noch ein Schacht. Wenn du das aufkriegst, krieg dich durch und mach die Tür auf. Ja. Oh, hier ist jetzt ein riesiger Ratte. Danke, Ernie. Oh, nein. Ja, toll. Diese Geräusche. Was heißt Geräusche? Diese Niedergrundmucke. Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen zu Tommy? Ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Ich lasse das mal so, ne? Wie Leute, die das lesen wollen, ich schließe es jetzt gar nicht vor. Äh, bin ich hier auch richtig? Ich habe ja gerade einen Tommy gehört. Das bin ich aber nicht. Hier lang. Hier lang. Vorne ist bei der Weg zu sein. Gleich hier. Das wäre es jetzt gewesen. Ja, komm mal die Tasche Lampe an hier. Okay. Aber das heißt, ich darf rüberspringen, oder? Rüberspringen, besser gesagt. Wo ist die Kette? Ja, da komme ich nicht ran, ne? Hä? Wo komme ich denn da hin? Gehe ich jetzt eventuell rüber? Ihr bleibt da. Okay. Ja. Ich höre immer diese Geräusche, als wenn... ...was in der Nähe ist. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ach, nee. Wir können... Ich muss noch kurz noch eine kleine Aufnahme dabei schon machen. Also, bis gleich. So, weiter geht's. Ah, je, je. Jetzt habe ich was rausgerutscht. Ähm, muss mal kurz eine kleine Pause drauf machen. Äh, langer Tag gewesen. Von daher hatte ich gerade kurz... Ähm... ...etwas... ...was ist das für ein Geräusch, ey. Muss ich hier hoch, oder so? Oh, da muss ich ganz... Oh, vielleicht muss ich ganz runter. So, okay, warte. Ich guck mal. Da. Irgendwas hier unten, was ich gebrochen könnte, oder was? Da kann ich mal mit oben kurz. Äh... Da. Hallo, Joe. Zieh's raus. Sehr schön. Henry, versuch's mal. Okay. Dann mal los. Ja, es geht. Wunder, oder was? Nee, durch schon. Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier irgendein Zombie kommen wird? Oh, shit. Ah, in welche Richtung? Hier rein. Guck mal, was hier ist. Ich guck mal, was hier ist. Ich guck mal, was hier ist. Ich guck mal. die Klipper, äh, Klicker. Oh, schmal. Rein oder geh zurück. Du bist nur einer, oder? Ne, okay, das ist nicht einer. Ah, dann bleib ich mal da weg, ne? Aber irgendwas stimmt hier nicht, oder? Naja, schaust auf. Bitte. Ich gebe lieber das zurück, äh. Ja, und der ist schon wieder. So, fein mit dir. Na los, Ellie. Na, also. Sehr staun. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Oh, ja. Oh, super. Oh, super. Sag's lieber nicht lauf. Und was mach ich jetzt? Okay, wahrscheinlich muss ich hier gehen und der hilft mir hoch, oder so. Jetzt? Ah, jetzt. Muss ich direkt rücken. Hat das auch noch ein bisschen Zombies gehört, oder? Wir sind schon Profis da drin. Aber wo Profis da drin? Haben wir noch irgendwie so ein Messer? Oder, oh, okay. Das war doof, vielleicht. Ah, nice. Werkzeugstufe 3. Hm. Frag mich wirklich, was da in einem anderen Raum drin war. Ach so, wir sind jetzt hier durch. Hm. Hehe. Die Frage ist, ob ich jetzt durchgehe, oder in der nächsten Folge. Ja? Und wisst ihr was? Ich mach das in der nächsten Folge. Hehe. Schau mal lieber die Taschenlampe an. So. Also. Bixen. Bixen, auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.